Hey Leute, dieser Kanal ist für alle, die gerade Unternehmen aufbauen oder ihr bestehendes Unternehmen erfolgreicher machen möchten. Du willst zum Beispiel durch passives Einkommen finanziell frei sein, glücklicher sein, einen Impact in der Welt haben oder dir selbst einteilen können, wann, wo und wie du arbeitest. Dein volles Potenzial ausschöpfen? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Gerald Reimerz, dein Business-Mentor. Wer bin ich überhaupt, dass ich so manches über Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum und Ideenentwicklung weiß? In den letzten zwölf Jahren habe ich gemeinsam mit meiner Frau über 20 Projekte in die Realität gebracht, online wie offline. Eines unserer bekannteren Projekte, von denen ihr regelmäßig profitiert, ohne dass ihr vermutlich wüsst, dass das auf uns zurückzuführen ist, ist die Vorhersage der Ankunftszeit von Paketen. Unsere Firma Parcelo war 2011 weltweit die erste, die eine Technologie veröffentlicht hat, die Uhrzeit der Ankunft von Paketen eingrenzen zu können, also dieses kleine Zeitfenster. Neben unseren eigenen Projekten haben wir als Berater kleinen wie großen Unternehmen geholfen, neue Geschäftsfelder zu entwickeln und innovativer zu werden. Unser Schwerpunkt liegt dort meist auf der Positionierung, der Optimierung und Schaffung von Systemen und dem Mindset der Gründer dahinter. Unter anderem bin ich Juror beim Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg und aktuell Geschäftsführer von zwei GmbHs. In unseren eigenen Unternehmen ist unser Ansatz immer möglichst viel zu automatisieren und zu standardisieren. Diese Strategie versetzte mich bereits am Ende meiner 20er Jahre in die glückliche Lage, dass ich meine Zeit von meinem Einkommen entkoppelt hatte und mir daher aussuchen konnte, wann, wo und wie und woran ich arbeiten wollte. Was rückblickend wie eine gerade Linie aussieht, war und ist in der Realität eher eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen. Manche unserer Projekte sind gescheitert. Zwischenzeitlich waren wir so pleite, dass wir unsere Wohnung in Berlin aufgeben mussten und zurück zu meinen Eltern nach NRW gezogen sind. Ich komme auch aus gar keiner Unternehmerfamilie und brauchte deshalb ein bisschen länger, um zu verstehen, dass der klassische Bildungsweg vielleicht nicht unbedingt genau das Richtige für mich ist. Dementsprechend war ich schlecht in der Schule und habe sowohl mein Informatikstudium als auch mein Psychologiestudium nach ein paar Semestern abgebrochen. Doch irgendwie hat sich unser langer Atem ausgezahlt und wir hatten an den richtigen Stellen dann das nötige Quäntchen Glück. Auf diesem Kanal teilen wir unser gesamtes Wissen und alle neuen Erkenntnisse, auf die wir gerade erst stoßen. Videoideen sind zum Beispiel, warum Ideen wirklich scheitern, wie du Systeme für deinen Erfolg schaffst, welche Tools du für SEO brauchst, ob Marketing vielleicht wichtiger ist als ein gutes Produkt, wie du deine Vision durch Mitarbeiter umsetzt, aber vielleicht auch worauf Investoren achten, wenn sie in dein Projekt investieren wollen. Also stelle sicher, dass du diesen Kanal abonnierst und diese Glocke anklickst, um kein Video zu verpassen. Aber besonders interessieren mich deine Fragen und Probleme, vor denen du gerade stehst. Denn wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, vielen Dank und dir scheint die Sache mit der Selbstständigkeit wirklich wichtig zu sein, schreib deshalb jederzeit deine Fragen einfach in die Kommentare und ich werde sie entweder dort direkt beantworten oder ein komplettes Video dazu machen. Denn wenn mich eins persönlich wirklich glücklich macht, dann ist es zu sehen, wie die Impulse, die wir gegeben haben, ein kleines bisschen geholfen haben, Dinge anzupacken und erfolgreicher zu werden. Also, let's go!